Ich bin Isi von Tintenwelten und ich habe heute eine neue Rezension für euch. Und zwar geht es um den zweiten Teil der High Fashion Mystery Reihe von Aaron J. Steen. Dieser Teil hat 130 Seiten und hat wieder vier Sterne von mir bekommen. Ich hatte euch ja auch schon die Rezension zum ersten Teil abgedreht. Wie ich gerade schon gesagt habe, es geht um eine Reihe, die verschiedene Staffeln haben wird. Jede Staffel wird sechs Folgen haben und es erscheint eine Folge monatlich. Diese erscheint heute am 26. Februar und ich bin auch schon sehr gespannt auf den dritten Teil. Denn sowohl die Vorgeschichte hat Lust auf mehr gemacht, auch der erste Teil war ein spannender Auftakt und auch hier geht es spannend und interessant weiter. Worum geht es überhaupt? Die ganzen Storys und Handlungsstränge scheinen sich um ein Ereignis zu ranken. Beziehungsweise irgendwas damit zu tun zu haben. Und zwar ist es nämlich so, wir haben in der Vorgeschichte Delia kennengelernt. Sie ist Journalistin. Sie schreibt einen brisanten Artikel über die Schattenseiten des Mode-Business, in dem sie und auch ihre Freundinnen arbeiten und plötzlich verschwindet sie aber. Und keiner weiß, was da los ist, wo sie hin ist, was passiert ist, warum und wieso. Und nach Wochen des Verschwundenseins wird der Fall eben neu aufgerollt und der Polizist Tyler ist halt eben ein Teil dieser Ermittlungen sozusagen. Und er befragt jetzt vor allen Dingen auch in diesem Teil eben Zeugen und darunter fallen natürlich auch Freundinnen von Delia, die wir auch bereits in der Vorgeschichte kennengelernt haben. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, auch die Art und Weise, wie die verschiedenen Charaktere dann eben reagieren, wie sie sich eben verhalten. Nicht nur Tyler ist einer der Charaktere, um die es in diesem Buch geht. Es ist so, dass in der Vorgeschichte eben aus der Sicht von Delia geschrieben wurde und ihren Freundinnen. Im ersten Teil haben wir dann fünf Charaktere gehabt, aus deren Sicht das Ganze geschrieben wurde. Und hier ist es sogar so, dass wir gleich sieben Charaktere haben, wo die Perspektive immer wieder zwischen wechselt. Es sind jetzt nicht unbedingt neue Charaktere, die kennen wir auch schon aus dem ersten Band zum Beispiel. Aber es sind halt relativ kurze Kapitel, es sind viele Perspektivenwechsel und mich persönlich hat es, wie auch im ersten Band und in der Vorgeschichte, teilweise echt verwirrt. Ja, weil es eben eine Vielzahl von Charakteren ist, die man sich merken muss, die dort auftauchen. Eben nicht nur diese sieben Charaktere, aus deren Sicht das Ganze geschrieben ist, sondern eben auch noch Freunde, Kollegen, Familie von mir aus und das Ganze drumherum. Und da dann irgendwelche Schlüsse zu ziehen und sich auch alles zu merken und immer sofort zu wissen, Aha, Nova Lee, das war jetzt die, Madison ist die und die und hier geht es um denjenigen und das hat er bisher erlebt. Ist schon teilweise ein bisschen knifflig und hat für eine oder andere Verwirrung bei mir gesorgt. Ein Pluspunkt in dem Fall ist natürlich das Personenverzeichnis am Anfang des Buches. Also ja, das ist schon eine Unterstützung auf jeden Fall, aber es ist auch so, das sind halt auch nur 130 Seiten. Die Vorgeschichte war noch kürzer und auch der erste Teil hatte ungefähr so einen Seitenumfang. Ja, und man hat sich halt gerade so richtig reingefuchst und weiß wieder, was Sache ist und hat vielleicht die ein oder andere Vermutung aufgestellt und dann ist einfach das Buch schon wieder aus. Der erste Band hat zum Beispiel auch mega abrupt geendet. Der zweite Teil hat eigentlich auch einen Cliffhanger. Ich meine, ist ja auch klar, es ist eine Serie und wie Serien halt so sind, ob es sich jetzt um Bücher handelt oder halt auch wirklich um Serien im Fernsehen oder bei irgendwelchen Streamingdiensten. Ja, natürlich enden die mit einem Cliffhanger. Man soll ja weiter gucken oder weiter lesen, aber es ist so gemein. Gott sei Dank muss man ja nur einen Monat auf die Fortsetzung warten. Da freue ich mich auch schon sehr drauf, weil natürlich zu den verschiedenen Charakteren wieder Fragen aufgeworfen sind. Sind auch irgendwie noch neue Handlungsstränge aufgetaucht und man ist eigentlich komplett verwirrt. Man hat so die eine oder andere Theorie oder Vermutung, was vielleicht in der Vergangenheit passiert sein könnte, ob dieses oder jenes, was mit Delias Verschwinden zu tun hat oder was vielleicht in der Zukunft passieren könnte. Und irgendwie ist das Ganze total verwurschtelt. Man meint so beim Lesen eigentlich hat die Hälfte der Charaktere überhaupt nichts mit Delia zu tun, kann nichts damit zu tun haben, dass sie verschwunden ist und was soll das Ganze überhaupt. Aber irgendwie, ja, ist es halt doch alles irgendwie so verworren und das ist eben spannend, so aufzudröseln und sich seine Gedanken dazu zu machen. Also es macht auf jeden Fall schon Spaß und ich freue mich, weiterlesen zu können. Das ist dann ja in einem Monat wieder soweit. Und ja, da bin ich mal gespannt, wie es mit den ganzen Charakteren weitergeht, die man da so kennengelernt hat. Denn jeder von denen ist halt einfach spannend. Jeder bringt seine eigene Geschichte, seine eigenen Besonderheiten, seinen eigenen Charakter eben mit. und Ziele, Träume, Gedankengänge und das finde ich halt sehr, sehr spannend. Ich weiß gar nicht so unbedingt, wen ich von denen am liebsten mag oder wen ich am wenigsten mag. Ich muss sagen, mir ist auch nicht jeder von denen sympathisch, kann aber auch gar nicht so sein, denke ich. Aber auf jeden Fall, ja, bin ich einfach gespannt, wie es da weitergeht mit diesen ganzen Charakteren. Ich bin gespannt, was das Ganze mit Delia zu tun hat und wie diese Fäden alle irgendwann mal zusammenlaufen werden. Also, ich freue mich drauf, wenn ihr so auf Pretty Little Liars oder so steht oder Riverdale. Ich finde, das sind auch alles solche Serien, wo halt viele mysteriöse Dinge passieren, die man sich nicht auf Anhieb erklären kann, wo viele Charaktere natürlich auch eine Rolle spielen, viele Handlungsstränge und man viele Ideen bekommt, was da los sein könnte. Und das wird alles so nach und nach dann aufgeklärt. Und ich finde, mit solchen Serien ist auch diese Reihe eben vergleichbar. Also, wer auf solche Geschichten steht, der sollte auf jeden Fall mal einen Blick drauf werfen. Habt ihr denn schon die Vorgeschichte oder vielleicht den ersten Teil gelesen? Wenn ja, wie fandet ihr es? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, würde ich mich sehr darüber freuen. Und ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend oder eine gute Nacht. Bis dahin, tschüss! Bis dahin, tschüss!